so jetzt sind wir Himmelfahrt 3 und sind wie denn hergekommen es gibt keinen gehen egal wo ich auch nicht hier sind immer wieder mit der Stadt alles wieder weg alles wieder super so so ach so ja ich kann mich auch hochziehen die neue Technologie hochziehen yes es bringt einen an unerreichte Orte ja alter watscha verdammt no das macht ihr nicht aber ich schmeiß euch gerne noch einen zu yay party hard oder einmal auch mit Feuer yeah der war gut platziert auf dem bisschen Platz und wie der so komisch rumbounst der war echt gut platziert ich will mich zwar nicht selbst loben aber yay der war gut platziert und ich glaube das muss auch mal sein dass ich mich hier so ein bisschen selbst lobe weil jemann ich hab den japanen bekämpft und so gibt es die ja kommen auf neben dem wo bist du da oben ach kranker so kannst du dich selbst in die luft jagen hey sollst nicht mich in die luft jagen sondern ich selbst jahre die kürzchen so dünke ja dann schießt er wieder so lasst es mal sein so was jetzt gar nichts weil du davon gar nichts mitkriegst ja dann schießt er noch mal wieso reicht der Kack nicht so egal euch lasse ich jetzt einfach mal links liegen weil ich euch nicht mag was Hacke Peter wird kacke später was ist los Hacke an oh 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 Feuer Feuer es brennt Hilfe Nein Nein Geh doch hoch Hm Okay Okay Wir bewegen uns Wir bewegen uns Wir bewegen uns Wir bewegen uns Wir nehmen einfach Schaden hin und schauen mal wo ich das überhaupt lang muss Nein der Ort ist nicht so sicher wie ich dachte Hm Oder? Wow Was zur Was? Warum? Das Krieg versteht Ja Explosionsschaden Ja schlafen Schlafen ist gesund liebe Kinder aber ich glaube wenn ihr dieses LP seht seid ihr weder liebe Kinder also seid ihr weder lieb noch Kinder weil Wow Ich meine Haufenweise Fleisch und das als Säulen Ernsthaft You serious? Serial guy Ja Ja Du kommst wieder runter Nein Kein Bock Das ist stressig Ja komm Noch ein Schuss in den Rücken Genau das habe ich erwartet So Und dann springen wir da dran vorbei Ganz fabulös Fabulous So Kassieren hier keinen Schaden Das fällt nach unten Genau Dann wären wir zumindest schon mal einen los Und es sah gerade so aus als würde ich Besuch kriegen in mein Zimmer Das wäre eine Aufnahme nie so toll Tschüss Jack in the Box Vielleicht sehen wir uns mal wieder wenn das Spiel bessere Hitboxes bekommt Man weiß es ja nie Auch du Tschüss So Lulul Mann das sieht hier so lecker aus Jei Jei Ich will wieder hoch Ich will Nein Kacke Äh Äh Hier Weg Weg mit dir Krämiger Gegner ist krämig Warum sind das Knochen Wuii Breakdance Oh ja Breakdance Ja Breakdance Auch damit Das ist doch Das ist Dumm Das Spiel ist schon hart genug Und wie soll man dann Danke für den Ablifter Jei 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 So Das hätten wir überlebt Benutzen wir nochmal die tollen Naja Ich weiß nicht Soll ich da einfach so schon reinlaufen Hm Ähm Nur wie mache ich dann die da Drinnen kaputt Äh Spielen wir mit denen einfach Yeah Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Jawoll Und tot Das ist sehr schön So Von dort oben kommen zwei oder drei Zwei Okay I'm okay with that Auf du musst sterben Jetzt stirb doch Nein Ach kacke Nö ich sieht scheiß aus Ach Ach Ja jetzt krieg ich direkt noch einen Weil die Alice so ein lahmarschiger Charakter ist Und die Gegnern scheiß auf Fernes geben Sag noch mal ein Versuch Ja damit hätten wir wieder mal nur einen erwischt Aber einer ist besser als nichts Und bei den kriegen wir dann auch wieder Tolle 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 Metaessenz Ja Ja Metaessenz Ja 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 Und jetzt bin ich tot Super Das ist sowas von Dumm Das ist das Teil sowas von hin und her Jumpt Der ist schon tot Gut Lass es sein Du wirst böse Lass dich Töten 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 Tony B Ball 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 Knochen Hat das irgendwie sowas mit Äh Ohhh Ich hab's geschafft Irgendwas mit Hundeknochen zu tun Auch mit so nem Ball Hundbällchen vor die drei zwei gehen wird es noch mal gespeichert meine Güte keiner nicht angehen dass das Spiel so hart ist ich kann nicht so kaputt steppen blödes Arsch für dich verschwende ich keinen Willen na shit Anonymous wir sind viele hey aber die Waffe ist aber echt geil gegen die und das Spiel hängt aus irgendeinem Grund soo wo geht's dann I don't like that Pixel Jumping oder was wo muss ich denn hin Gott steh mir bei dem Atheisten soo der wird tot sehr schön dann würde ich wahrscheinlich hier röberspringen in der Hoffnung dass ich den Scheiß überlebe diese tolle macht ich weiß nicht was das ist Teufelszeug was mich unbeschreiblich stark macht ja wenn man zumindest mal Unbesiegbarkeit mit sowas kriegen würde wäre das bestimmt geil ernsthaft denn hätte man wirklich noch solch mal eine Geheimwaffe gegen diese Gegner worauf man zählen könnte und worauf man sich im Spiel echt freuen würde wenn man dies dann in die Finger bekäme aber nur ein hätte hätte was gab man den Hälter das gab es gegen die Knochen die Schöpfung ja und jetzt wenn ich wieder zerstellen dann dann ist das wieso verwundert mich meine eigene Domei nicht so dass man Glück dass ich an dem Komisch gescheidet bin die Erkunft und dann dann und dann ihr habt Partie ja genau ich stelle mich jetzt besser nicht an den Rand sonst werde ich noch mitgegrillt und das will ich ja nicht ich wollte schon sagen kriegen die überhaupt Feuerschaden hat sieht mir nämlich nicht so aus das ist schön so eins zwei save point so nahkampf battle und tot so hätten wir das schon mal geregelt und die warten dann na jetzt habe ich sie getriggert ja schmeißt mich doch rein das Spiel ist so komisch so komisch ist das Spiel jai hater weg mit dir oh wenn 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 der einfach gestorben wäre ach so du stehst schon da das ist nicht wahr so für Spaß mit den Leuten weil ich habe keinen Bock gegen euch zu kämpfen und jetzt gehen doch gegen die hater wir machen wirst du können ich habe nicht wirklich Bock auf die Nein 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 ich rede gerade nicht ich rede gerade Oh mein Gott. Wieso können die nicht mehr sterben? Oh, das... Wie will man das ohne Safe-States so gesehen schaffen? Ja, ppam! Gib mir die Peitsche! Baby, komm! Gib mir sie! Yeah, oder einfach das Messer ins Gesicht. Man kriegt für den so wenig. Yeah, nicht mehr, dass man Zusatzschaden kriegt, wenn man die von hinten angreift. Oh. Es ergibt so viel Sinn. Wie soll man darauf kommen, dass da oben so einer ist? Ein verschissener Exhibitionist. Ja, und es war auch klar, dass der wieder runterhüpft. Und die anderen beiden Hater kümmern. Versuchen. Weg. Die sind weg. Auch gut. Eieieiei. 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 Ja. Ach, gottschön. Das Spiel ist nicht einfach. Besonders, wenn man keinen Willen mehr hat. Ah, die Gegner halten so viel aus. Es zieht das Spiel nur unnötig in die Länge. Vielen Dank. Ah, die Hitboxes! Ja, werde gefreased. Matrix-Style! Ja, bin ich jetzt nochmal gefreased? Nein, nicht. Okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich werfe ihn nicht richtig. Ja, endlich. So, jetzt darf ich da hoch. Ist auch nochmal lang genug dauert. Savepoint und hab da Hühne nach oben. Ja! Hahaha, ist das nicht nett? Hm. Da kriegst du ein Ticket nach unten. Ticket nach unten. Stirb doch einfach.